Niklas Ditt-Berner hat gute Nachrichten für das Ehepaar Engels. Der Anwalt konnte bei Gericht erwirken, dass die Eltern ihre Tochter zweimal in der Woche für zwei Stunden unter Aufsicht des Jugendamtes sehen dürfen. Marion ist überglücklich, als sie Fenja nach drei Tagen endlich wieder in die Arme schließt. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Sehr schön. Hallo Fenja. Mensch, probiere mich auch nicht. Was ist los? Ich will nicht mit Papa reden. Ich will nur mit dir. Warum? Der Papa hat sich doch so gekreut, dich zu sehen. Fenja, was habe ich dir denn getan? Aber ich will nicht. Mäuschen, was ist los? Ich will nicht. Fenja, was hast du denn? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Mensch, ich habe dich doch auch vermisst. Mäuschen. Herr Engels, kommen Sie mal bitte kurz. Wir gehen schon mal beide vor. Ich verstehe das nicht. Was hast du denn? Es ist doch eindeutig, dass Ihre Tochter Angst vor Ihnen hat. Wieso sollte sie Angst vor mir haben? Sie hat doch gar keinen Grund. Ich habe ihr doch gar nichts getan. Ja, Mann. Da muss ja was sein. Es wird am besten sein, Sie bleiben hier und ich werde mit den beiden entzogen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe nur zwei Stunden, die möchte ich mit meiner Familie verbringen. Vielleicht ist es ganz gut, was Herr Meurer sagt. Ja, aber was hat Sie? Ich werde es rauskriegen. Ich muss mit ihr sprechen. Aber Sie will dich nicht sehen und ich weiß nicht warum. Sie fragen Sie, wenn wir alleine sind. Ja gut, dann bleibt mir alles übrig. Das Ehepaar Engels durchlebt die Hölle, als das Jugendamt ihnen Tochter Fenja wegnimmt. Hausmann Gregor wird verdächtigt, sein Kind misshandelt zu haben. Doch Rechtsanwalt Niklas Dittberner glaubt fest an die Unschuld seines Mandanten. Und auch Marion traut ihrem Mann zuerst nicht zu, der gemeinsamen Tochter etwas angetan zu haben. Erst als sich Fenja bei einem Treffen weigert, ihren Vater zu sehen, wachsen ihre Zweifel. Warum hast du dich vorhin, warum wolltest du nicht, dass Papa mitkommt? Er hat sich doch so gefreut auf dich. Papa ist doof und auch dem Hatten so gar nicht lieb. Solange Papa noch da ist, komme ich nicht nach Hause. Aber warum denn nicht? Habt ihr euch gestritten? Bist du sauer auf ihn? Nein, aber er mag uns doch gar nicht. Was hat denn dein Vater so Gemeines getan, dass du so sauer auf ihn bist? Das habe ich doch schon gesagt. Mäusken, hat er dir irgendwie wehgetan? Nein, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Können wir jetzt bitte gehen? Danke. Genial. Nach der harten Zurückweisung seiner Tochter hat Gregor Engels das Warten nicht ausgehalten und einen Spaziergang gemacht. Als er nach Hause kommt, will er mit Marion über Fenja sprechen. Doch seine Frau hat einen schwerwiegenden Entschluss gefasst. Sag mal, was machst du denn da? Wonach sieht es denn aus? Ich packe. Ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein, Gregor. Ich vertraue dir nicht mehr. Solange ich nicht weiß, warum Fenja nicht nach Hause will, solange du hier bist. Ja, ich kann es mir doch auch nicht erklären, warum Fenja nichts mehr von mir wissen möchte. Aber jetzt erklär mir doch mal, was das mit der Tasche soll. Wo willst du denn hin? Gregor, du erzählst mir nichts. Du redest nicht mit mir. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und ich halte das nicht aus. Da war nichts. Ich schwöre dir das. Da war überhaupt gar nichts. Ich kann dir nur eins sagen. Fenja ist das Wichtigste auf der Welt für mich. Und ich werde alles daran setzen, dass sie zu mir zurückkommt. Das geht mir doch genauso. Das Gleiche möchte ich doch auch, Marion. Anscheinend nicht. Ich habe es so satt. Du sprichst nicht mit mir. Du redest nicht mit mir. Ich weiß nicht, worum es hier geht. Ich weiß nicht, warum Fenja nicht nach Hause kommen will. Und es reicht mir. Und deshalb ziehe ich auch zu meinen Eltern. Sag mal, spinnst du? Das kannst du doch jetzt nicht bringen. Dann glaubt das Jugendamt erst recht, dass die ganzen Anschuldungen gegen mich stimmen. Gregor, alle sprich gegen dich. Das ist genau das, was deine Eltern von mir, von uns wollten. Du musst mir glauben, wir müssen jetzt zusammenhalten. Ich kann das nicht mehr hören. Ich stelle dich Schieb zu den Schwarzen Peter zu meinen Eltern. Ich ertrage das nicht mehr. Und die haben damit nichts zu tun. Das habe ich dir schon mal gesagt. Was ist das denn jetzt? Hallo, Papa. Hallo. Kannst du die nehmen? Ach, na klar. Ach, der ist Schwiegerpapa. Und bist du jetzt zufrieden? Erst nimmst du mir meine Tochter und jetzt meine Frau? Was kommt dann als nächstes? Junge, was hast du mit deinem Gehirn gemacht? Du hast doch selbst Schuld, dass du allein bist. Und eins sage ich dir. Wenn du noch einmal deine Hand gegen Fenja erhebst, dann kannst du was erleben. Sag mal, seid ihr jetzt alle durchgeknallt? Marion, was denkst du eigentlich, was ich für ein Mensch bin? Ein gewalttätiges Monster oder was? Du gehst jetzt nicht? Ja, denkst du, mir fällt das Ganze hier leicht. Ich weiß momentan gar nicht mehr, was ich glauben soll. Also ist es besser, wenn ich gehe. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist der richtige Weg, um Fenja zurückzubekommen. Mit einem, der lügt und einem, der eventuell schlägt. Mit so einem möchte ich nicht zusammen sein. Nachdem Rechtsanwalt Niklas Ditt-Berner erfahren hat, dass sich seine Mandantin von ihrem Mann getrennt hat, möchte er erneut beim Jugendamt vorstellig werden. Gemeinsam mit seiner Mandantin will er den Jugendamtsmitarbeiter Erhard Meurer davon überzeugen, die Inobhutnahme zu beenden. Wir sind zu Ihnen nochmal gekommen, um Ihnen einfach mitzuteilen, dass meine Mandantin zu Hause ausgezogen ist. Das heißt, es besteht keine Bedrohung mehr für das Kind durch den Vater, weil der Boden ist woanders. Mit der Folge, dass Sie langsam diese doch sehr drastischen Maßnahmen, die Sie da ergriffen haben, beenden sollten, das Kind nicht mehr in dieser Außengruppe lassen. Meine Mandantin ist bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir brauchen auch keine Klärung mehr vom Familiengericht. Die Sache ist erledigt. So geht das hier nicht. Frau Engels, Sie sind berufstätig, Sie arbeiten, Sie haben gar keine Zeit, sich um Ihre Tochter zu kümmern. Wer sagt mir denn, wenn Sie Ihr Kind haben, dass Sie nicht zurück zu Ihrem Mann gehen? Das werde ich definitiv nicht machen. Ich habe schon alles geregelt. Ich werde jetzt bei meinen Eltern einziehen. Meine Eltern kümmern sich darum, um die Kleine, wenn ich auf Arbeit bin. Das ist es ja. Ihre Tochter steht nicht im Mittelpunkt. Sehen Sie, Sie haben gar keine Zeit. Ich kann Ihre Tochter Ihnen nicht geben, ohne in Gefahr zu gehen, dass ihr was passiert. Herr Meurer, jetzt passen Sie mal auf. Das sind optimale Voraussetzungen, dass ein Kind mal bei den Großeltern ist, wenn der Elternteil arbeiten geht. Das ist doch vollkommen normal. Ihr Verhalten ist langsam willkürlich. Sie überschreiten Ihre Kompetenzen maßlos und das wird alles bei Gericht seine Berücksichtigung finden. Und wir wollen im Übrigen ganz gerne endlich mal wissen, wer dieser ominöse, anonyme Hinweisgeber ist, den Sie da haben. Für diese Wahnsinnsmaßnahme, die Sie hier ergreifen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich halte mich an meine Abmachungen. Ihre Abmachungen, Herr Meurer? Es geht hier um ein Kind, es geht um eine Familie. Da sind mir doch Ihre Abmachungen vollkommen egal. Dann sagen Sie uns endlich wenigstens, wann dieser Hinweis bei Ihnen eingegangen ist. Wenn Sie dann endlich Ruhe geben, gut, dann lassen Sie mich an die Akte. Wie anständlich werden Sie wohl noch haben. Warten Sie mal. Also, na gut, dann. Ja, das war Dienstag vor 14 Tagen. Reicht das? Ja, das muss ja wohl reichen. Gut, schönen Tag noch. Vielen Dank. Wiederschauen. Also, anders als meine Mandantin bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass Herr Engels, also Ihr Mann hier die Wahrheit sagt und diese Vorwürfe gegen ihn aus der Luft gegriffen sind. Das Problem ist nur einfach, dass wir das eben auch in zwei Wochen vor dem Familiengericht beweisen müssen. Und in dem Zusammenhang wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn wir endlich wüssten, wer dieser anonyme Hinweisgeber ist. Denn dann könnte man sich schon vor dem Termin mit der Glaubwürdigkeit, der Glaubhaftigkeit, der Angaben eingehender auseinandersetzen und die vielleicht auch in Teilen dann im Termin bereits widerlegen. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir jetzt erstmal mit den Eltern von meiner Mandantin reden, denn die könnten dieser Hinweisgeber gewesen sein am Dienstag vor zwei Wochen. Die Fronten zwischen Jugendamt und Eltern verhärten sich. Rechtsanwalt Niklas Ditt-Berner weiß, um Fenja endlich wieder nach Hause holen zu können, muss der Verleumder so schnell wie möglich entlarvt werden. Hallo Papa. Hallo. Frau Jansen, wir haben eine ganz kurze Frage. Was haben Sie eigentlich vor zwei Wochen gemacht? Am Dienstag, das waren 26. Was haben Sie da gemacht? Warum wollen Sie das wissen? Ich will das deswegen wissen, Herr Jansen, ich will jetzt mal ganz offen mit Ihnen sein. Ich glaube, dem Mann meiner Mandantin. Ich glaube nicht, dass er dem Kind irgendwas angetan hat. Und deswegen muss ich auch sagen, muss ich auch seinem Verdacht nachgehen, dass Sie ihn vielleicht fälschlicherweise beim Jugendamt angesperrt haben. Also, waren Sie das? Was haben Sie da gemacht? Was ist das? 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 Wir waren in den Bergen. Wir hatten noch nicht mal Handyempfang. Das stimmt. Und dann wollen Sie uns solche Sachen unterstellen. Okay, dann fallen Sie raus. Das ist natürlich klar. Ich muss zu dem Verdacht nachgehen. Es tut mir leid. Dann würden wir uns auch schon wieder verabschieden. Wir wollen Sie gar nicht daran gestört werden. Ja. Aber halten Sie uns auf dem Laufenden. Dann tun Sie Ihr Bestes und suchen Sie den Richtigen. Also wir haben damit nichts zu tun. Tun Sie Ihr Bestes. Tschüss Mutti. Auf Wiedersehen. Also Ihre Eltern schon mit der ganzen Geschichte wirklich nichts zu tun gehabt haben. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Aber ich frage mich halt, wenn die es nicht waren, wer war es denn dann? Gibt es nicht irgendwelche Neider oder irgendwelche Menschen, die Ihren Mann irgendwas Böses wollen? Ich habe schon die ganzen Nächsten darüber nachgedacht, wer das sein könnte. Aber mir fällt keiner ein. Vor allen Dingen nicht nur wirlein hier drunter, auch Fenja. Wer würde ihr sowas antun wollen? Und ich weiß es nicht. Ja, klar. Aber wissen Sie, ich halte Ihren Mann einfach wirklich für vertrauenswürdig. In jeder Hinsicht. Der hat dieses Mädchen nicht misshandelt. Er hat von Anfang an eingeräumt, dass sie sich gestritten haben. Er hat das nie in Abrede gestellt. Verstehen Sie? Das spricht schon dafür, dass er die Wahrheit sagt. Und der hängt doch an die Mädchen. Der will doch nicht, dass sie da bleibt. Ich glaube sogar, selbst wenn da irgendwas vorgefallen wäre, er würde es einräumen. Einfach, weil er nicht will, dass sie hier weiter beim Jugendamt bleiben muss. Ja, aber wer würde sowas machen? Wer tut sowas? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen es rausfinden. Aber wie? Der vom Jugendamt, der Herr Meurer, der ist doch so stur. Von dem kriegen wir nie was raus. Ich habe eine Idee. Aber dazu brauche ich Ihre Hilfe. Und der ist so ein bisschen in der Grauzone der Legalität angesiedelt. Wenn Svenja hilft, dann bin ich dabei. Okay, komm, ich erkläre Ihnen das. Seit Fest steht, dass Marions Eltern ihren Schwiegersohn nicht beim Jugendamt angeschwärzt haben, sieht Rechtsanwalt Niklas Dittberner nur noch eine Möglichkeit, den anonymen Hinweisgeber zu enttarnen. Mit Marions Hilfe will er sich Zugang zu den Akten verschaffen. Ach, Sie schon wieder. Herr Meurer, tut mir leid. Ich habe auch noch andere Fälle, um die ich mich kümmern muss. Ich weiß doch, dass Sie andere Fälle haben, Herr Meurer. Sehen ja. Wir wollen Sie ja auch nicht belästigen. Aber wissen Sie, wir gehen ja diese Sache doch immer wieder auch gemeinsam durch. Und es ist und bleibt dann einfach so. Sie haben von allen Maßnahmen, die das Familienrecht so vorsieht, das Sozialrecht vielleicht eher gesagt, wirklich die unverhältnismäßigste von allen oder die drastischste von allen getroffen. Sie wissen ja auch, es gibt nach den 27 fortfolgenden SGB mehrere Maßnahmen der Familienhilfe, die Sie hätten ergreifen können im Zusammenwirken mit der Familie meiner Mandantin. Was machen Sie? Sie nehmen dieses Kind aus der Familie raus. Das heißt, es muss ein unglaublicher Vorwurf gegen meine Mandantin oder ihren Mann in der Welt stehen. Und wir müssen natürlich wissen, was ist das eigentlich für ein Vorwurf? Ihr Verhalten ist ja derart krass. Meurer, ich kann jetzt nicht. Ich melde mich bei Ihnen. Ja, Sekunde. Da stehen Sie einfach aus Gründen der Waffengleichheit. Wäre es doch einfach nur fair, wenn Sie uns sagen würden. Was wollen Sie? Ich kann Ihnen nicht helfen. Es hat sich nichts verändert seit vorhin. Ja, und wenn Sie ein guter Anwalt wären, dann müssten Sie. Warten Sie doch mal bitte ganz kurz. Ist alles in Ordnung? Warten Sie doch mal bitte ganz kurz. Meine Mandantin geht es nicht gut. Merken Sie was? Ich sehe es selber. Entschuldige. Wie? Mir ist so übel. Ich konnte doch nicht anders. Ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier im Moment umkippe. Haben Sie nicht vielleicht ein Glas Wasser oder sowas? Ja, komm. Alles in Ordnung? Gehen Sie in die Teeküche gleich. Ich helfe Ihnen. Ja? Geht das so? Kommen Sie. Hier links gleich. Dem Anwalt bleibt nicht viel Zeit, die nötigen Informationen aus der Akte zu beschaffen. Niklas Ditt-Berner staunt nicht schlecht, als er den Namen der geheimen Quelle liest. Es ist Nicole Dosch. Ich hoffe, dass du jetzt etwas willst. Geht's? Ja, Schätze. Mir geht's nur momentan. Es ist so viel Stress. Ich bin so müde. Ich kann nicht mehr. Danke, Chef. Aber dann vergessen wir das bitte erst mal. Ich würde mich dann auch... Wir würden uns dann doch verabschieden. Das macht ja so keinen Sinn. Ich fahre am besten nach Hause. Okay, danke. Aber ich komme auf Sie nochmal zurück. Das ist wirklich eine brennende Frage. Okay, aber wir würden uns sagen... Okay, aber wir würden uns sagen... Ja, gerne. Eine, dass das ein Ding ist. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Geklappt. Der Plan von Rechtsanwalt Niklas Ditt-Berner ist aufgegangen. Endlich weiß der Jurist, wer hinter der Verleumdung steckt. Jetzt geht es darum, Grundschullehrerin Nicole Dosch die Intrige nachzuweisen. Der Hinweisgeber, beziehungsweise in unserem Fall die Hinweisgeberin, ist Nicole Dosch. Fenjas Lehrerin? Ja. Sind Sie da ganz sicher? Ja. Das glaube ich nicht. Also entweder hat sie irgendwas gegen sie und hat sie fälschlicherweise belastet. Oder sie hat irgendwas auf der Klassenfahrt da beobachtet zwischen ihrem Mann und ihrer Tochter, was sie ihm nicht sagen wollte. Vielleicht um mich zu schützen oder so? Ich weiß es nicht. Ich würde vorschlagen, wir fahren zu ihrem Ehrmann, weil er kann uns vielleicht sagen, was sie da meint, beobachtet zu haben. Gut, er war mit dabei auf der Klassenfahrt. Er muss es auf alle Fälle wissen. Ich denke, vielleicht gab es auch eine Situation, die missverständlich war oder so. Oder? Okay, Fenjas Lehrerin. Also ich frage mich, was Frau Dosch dazu veranlasst hat, Herrn Engels derart schlecht zu machen vor seiner Familie und dem Amt. Aber eins ist klar, wenn die Dame lügt, dann muss diese Inobhutnahme sofort beendet werden und Fenja kann zurück nach Hause. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Niklas Ditt-Berner vermutet, dass es eine Verbindung zwischen Gregor Engels und Fenjas Klassenlehrerin Nicole Dosch geben muss. Der Familienvater muss wissen, warum die Frau ihn beim Jugendamt in ein schlechtes Licht gerückt hat. Gregor, kannst du mir bitte mal erklären, warum Frau Dosch darauf kommt, dich beim Jugendamt anzuschwärzen, weil du angeblich Fenja geschlagen hättest? Nicole war das? Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher, Gregor. Kannst du mir bitte mal sagen, was auf dieser Klassenfahrt passiert ist? Nix. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nein, nix. Herr Engels, passen Sie mal auf. Also, ich habe diesen Eintrag in der Akte gelesen, dass sie sie angezeigt hat, okay? Und man stellt sich immer die Frage, warum passiert so was, dass jemand jemand anderen anzeigt? Und wenn ich das Gefühl habe, dass Sie uns irgendwas verschweigen, dann habe ich keine Lust mehr, die ganze Zeit Ihnen den Rücken zu stärken, weil das mache ich schon seit einiger Zeit. Das heißt, suchen Sie bitte danach, was da passiert ist vor der Klassenfahrt. Vielleicht war es nichts Großartiges, aber irgendwas muss passiert sein, weil sonst macht man solche Anzeigen nicht. Also, überlegen Sie bitte. Was war da? Ja, also, es war so, du kannst dich sicherlich noch erinnern, die Wochen vor der Klassenfahrt. Wir haben uns ziemlich oft gestritten und deine Eltern waren mal wieder hier und haben mich schikaniert und... Du hast mir nicht beigestanden, du standst nicht hinter mir. Aber Gregor, das ist doch kein Grund, Fenja zu schlagen. Nein, als wir dann auf der Klassenfahrt waren, da war ich einsam und da war halt Nicole und hat mich angemacht. Es tut mir leid, dann ist es passiert. Was ist passiert? Gregor, was ist passiert? Ja, weißt du, da kam halt eins zum anderen und wir sind im Bett gelandet. Es tut mir leid. Du hast mit dieser Frau geschlafen? Ich glaube das nicht. Mann, ich habe es auch sofort beendet gehabt und glaube mir, ich wusste nicht, dass sie so ein Theater macht. Okay, aber wenn sie die Sache sofort danach beendet haben, dann ist es ja sehr gut möglich, dass sie aus Rache diese Anzeige beim Jugendamt gemacht hat. Aber zwischen Ihnen und Ihrer Tochter ist dann nichts weiter passiert. Das war nur eine Sache zwischen Ihnen und der Frau. Ja. Okay, gut. Ja, klar. Mario, eins musst du mir glauben, ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen und sie auch nicht gesprochen. Es tut mir leid, ich liebe dich. Du, du gehst mit dieser Frau fremd. Wegen dir, nur wegen dir ist Fenja im Heim. Ich glaube das nicht. Mario. Wegen dir gelandet Fenja im Heim, weil du mit fremden Frauen rumf***st. Mario. Ich, ich fass das nicht. Jetzt passen Sie mal auf. Ich sehe, dass das hier alles gerade auseinanderbricht. Das darf Ihnen nicht passieren. Sie wollen doch beide, dass Ihre Tochter zurück nach Hause kommt oder nicht? Ja, na klar. Mario, dann glaube mir. Fass mich bitte nicht an. Gregor, geh. Bitte, bitte, bitte. Okay, ich kann verstehen, dass Sie jetzt verdammt sauer sind. Okay, aber Sie müssen das versuchen beiseite zu drücken. Einfach für Ihre Tochter, Sie müssen zusammenhalten. Und wir müssen uns das überlegen, damit Frau Dosch diese Aussage wieder zurücknimmt. Sie darf das nicht merken, dass sie ein Geständnis ablegt. Ich habe da einen Plan, aber das ist so ein bisschen unkonventionell. Setzen Sie sich mal, ich erkläre Ihnen das mal. Das Verhalten von Frau Dosch ist nicht nur eine Straftat, sondern das ist auch wirklich einfach menschlich abstoßend, wegen ihren Gefühlen eine Familie zu zerstören. Also nach meinem Dafürhören gehört die Frau einfach in Behandlung. Rechtsanwalt Niklas Dittberner will Nicole Doschs Intrige aufdecken. Und so Gregors Unschuld beweisen. Dafür hat der Herrn Meurer vom Jugendamt gebeten, sich am nächsten Tag mit ihm und seinen Mandanten vor Fenjas Schule zu treffen. Hier soll Familienvater Gregor die Lehrerin provozieren. Sag mal, spinnst du? Was willst du? Bleibe bitte mal stehen. Was fällt dir eigentlich, beim Jugendamt anzuschwärzen und zu erzählen? Ich würde Fenja schlagen. Was bildest du dir eigentlich ein? Meine Frau, erzählst du noch dazu von wegen? Weil Fenja würde dich so verändern, als wenn sie ein Opfer wäre. Du bist doch selber schuld, dass deine Tochter ins Heim gekommen ist. Sag mal. Wie ein mieses Arschloch ist. Nur weil ich dir einen Korb gegeben habe, gibt es dir noch lange nicht das Recht, meine Familie zu zerstören. Fenja hat gesehen, dass wir uns geküsst haben. Ach, dann warst also du das. Du warst diejenige, die Fenja dazu gebracht hat, den Herrn Meurer und meiner Frau zu erzählen, dass er nicht mehr zu mir möchte, weil ich ein schlechter Mensch bin. Sag mal, geh mal zum Arzt, du bist krank. Wo trifft es in Familienmenschen, in liebevollen Vater, in fürsorglichen Ehemann am meisten? Du hättest dir vorher überlegen sollen, mit wem du dich anlegst. Ich glaube, Frau Brassi, dass Sie sich überlegen sollen, mit wem Sie sich anlegen. Und sowas nennt sich wieder Google? Hören Sie sich das mal ganz gut an. Sie haben eine Menge Schaden angewiesen. Das ist ein Jugendamtmitarbeiter, der alles mit angehört. Wir werden Sie anzeigen, nicht nur bei der Schulleitung, sondern auch bei der Schulbehörde. Und Sie kriegen ein Ermittlungsverfahren ab wegen Verleumdnissen. Das kann ich Ihnen sagen. Ihr Verhalten ist unmöglich gewesen. Jetzt können Sie gehen. Da muss ich Ihnen recht geben. Halt, bleiben Sie stehen. Ich werde Sie auch anzeigen wegen Falschaussage. Das ist mir in meiner ganzen Berufslaufbahn nicht vorgekommen. Also, und bei Ihnen muss ich mich für alles sehr entschuldigen. Das ist mir unglaublich. Sie werden selbstverständlich zu Ihrer Tochter kommen. Ich werde heute Abend noch dafür sorgen. Wann? Heute Abend? Ja, ich mache noch etwas Büroarbeit. Kommen Sie nach Hause. Kommen Sie nach Hause. Ja, das tut mir furchtbar. Super. So kommen musste. Vielen Dank. Dann bis nachher. Vielen Dank doch, dass Sie sich auf dieses Experiment hier eingelassen haben. Ja, selbstverständlich. Also, Sachen gibt's ja. Familie Engels hat eine schwere Zeit hinter sich. Das Jugendamt hat ihnen Tochter Fenja weggenommen, weil Grundschullehrerin Nicole Dosch behauptet hat, Familienvater Gregor schlage seine Tochter. Rechtsanwalt Niklas Ditt-Berner konnte jedoch beweisen, dass die Lehrerin gelogen hat. Nach einer endlos langen Woche kommt Fenja endlich wieder nach Hause. Die Frau Dosch hat dir doch erzählt, dass der Papa dich nicht lieb hat, ne? Ja, okay. Ja, sei mir nicht mehr böse. Überglücklich kann Gregor seine Tochter endlich wieder in die Arme schließen. Moiski, gehst du bitte ganz schnell die Hände waschen? Das gibt nämlich ganz leckeres Essen und zwar für Stäbchen. Lecker! Ja, Marion, ich weiß, ich hab dich verletzt und kann's nicht mehr rückgängig machen. Aber eins musst du mir glauben. Ich liebe dich wirklich. Es tut mir leid. Gregor, ich bin noch nicht ganz unschuldig an der ganzen Sache, was passiert ist. Und es tut mir auch leid, dass ich kaum Zeit für euch hatte. Ich liebe dich auch. Bitte lass mir noch ein bisschen Zeit, okay? Ja, gerne. Ah, was ist das denn? Zwei Monate später wurde Nicole Dosch wegen Verleumdung zu einer Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro verurteilt und darf in Berlin nicht mehr unterrichten. Marion hat Gregor verziehen und will sich nun wieder mehr Zeit für ihre Familie nehmen.